Comark Retail macht das Shoppen zum Vergnügen und Ihren Kunden wird es gefallen. Die Kunden brauchen einen einfachen Zugriff auf beste Angebote, die sie sofort in Anspruch nehmen können. Und wenn ein bestimmter Artikel in der gewünschten Größe vorübergehend nicht verfügbar ist, soll der Verkäufer in der Lage sein, schnell ein alternatives Produkt vorzuschlagen. Das alles ermöglicht Comark Retail POS, das sich für stationäre Geschäfte bestens eignet. Comark Retail POS hat eine benutzerfreundliche, transparente und einfach zu bedienende Benutzeroberfläche. Der Verkäufer muss sich die aktuellen Angebote nicht merken, weil die Preise für Cross-Selling-Artikel nach der Rabattberechnung automatisch angepasst werden, sodass die Einkaufstransaktion lediglich einige wenige Minuten dauert. Wenn ein bestimmtes Produkt am aktuellen Standort momentan nicht erhältlich ist, kann der Verkäufer dieses nachbestellen und entweder an die gewünschte Artikelfiliale oder die genannte Kundenanschrift senden lassen oder den Kunden auf eine andere Filiale verweisen. Der Kunde kann die Artikelverfügbarkeit im Comark Webshop auch selbst überprüfen, den Artikel online bestellen und ihn in der Filiale abholen. Nach der Eingabe der Bestellnummer wird der Auftrag in der Bestellübersicht angezeigt und in einen Kassenbeleg umgewandelt. Comark Retail POS steht für effiziente Einkaufsprozesse und die Kundenzufriedenheit. Alle in Comark Retail POS durchzuführenden POS-Vorgänge lassen sich auch durch einen Vertriebsassistenten über ein Smartphone abwickeln. Mit Comark Mobile M POS kann einfach nach für Kunden interessanten Produkten gesucht werden. Die Kauftransaktion kann an einem beliebigen Ort des Geschäfts abgeschlossen werden. Comark Retail – Smart Shopping